Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Einkündigung für heute Abend, Sonntag, den 29.09.2019. Wir starten heute mal wieder ein bisschen in Half-Stone rein und ihr könnt mal wieder in die Kommentare schreiben, was ihr denn gerne sehen wollt. Ich habe ja gestern ein relativ cooles Wild-Deck gespielt, das würde ich am Anfang noch ein bisschen testen. Alternativ, wenn schon genug Leute da sind, würde ich auch sagen, wir können Duelle machen oder ich zocke vielleicht dieses ultimativ coole Deck dann mal gegen euch. Würde mich auf jeden Fall freuen. Startet es wie immer zwischen 19.00 Uhr und 19.30 Uhr. Und ja, hier auf YouTube noch eine Kleinigkeit und zwar sieht es hier so aus, dass ab der nächsten Woche, also ab morgen, Montagmorgen, fängt es an mit dem neuen Plan. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, guckt einfach mal dort oben in die Informationsbox rein, da poste ich euch das Video. Oder wie gesagt, da kriegt ihr den Link zu dem Video, guckt euch das Video an, da wird alles erklärt, da wird der neue Plan gesagt und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und natürlich seid heute Abend einfach mit dabei, okay? Haut rein, bis dann, tschüss!